In this Caribbean. Ansonsten hätte ich noch Lipton Ice Tea im Angebot. Pfirsich aber nur. Ja Pfirsich ist doch das Beste. Ja oder? Wir haben nichts anderes. Wer trinkt denn Zitrone? Bei Zitrone trinke ich wirklich nur von Lipton den Sparkley. Ich trinke jetzt Zitrone, aber das ist unser Mikro Ice Tea. Das ist der Beste. Ja definitiv. Ja das weiß man nur, wenn man den mal gehabt hat.